Jo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute ziehen wir die Gewinner der 600 Abonnenten Specials. Das waren ja zwei M4A1S Cyrixes zu gewinnen. Kannst ihr ja jetzt nochmal kurz zeigen. Eine Video geraffelt über Cleam und die andere über die Kommentare. Also ein random Kommentar gezogen. Dann würde ich auch gleich mal anfangen. Nur mit welchem zuerst. Lass zuerst die Kommentare ziehen. Die erste M4 geht raus an den Drummer LP. Er hat kommentiert. Please. Also Glückwunsch mal an dich. Du bekommst die erste M4A1S Cyrixes. Und die zweite reffen wir ja dann über Cleam. Habe ich noch nicht ganz vorbereitet, wie ich sehe. Aber egal. Die zweite geht raus an den... Okay, es dauert ein wenig. Mehmet Aaron... Äh... Keine Ahnung. Destroy Aaron Ron. Glückwunsch an dich. Du bist der zweite Gewinner. Und somit war's das dann auch gleich wieder mit dem Video. Ähm... Ich sag mal danke für alle die was mitgemacht haben. Und... Ja. Ein nächstes Giveaway steht auch schon... Also steht noch nicht ganz in den Zeitlöchern. Aber... Oder Zeitlöchern. Schadlöchern würde ich sagen. Denn das nächste Giveaway wird ja... Ich sag mal in zwei Wochen kommen. Weil ich ja jetzt auch bald Geburtstag habe. Und für die was jetzt schon etwas länger dabei sind... Werde... Also wissen es... Ich werde ja heuer wieder ein... So ein Birthday Giveaway machen. Wie letztes Jahr halt. Oder... Wenn ich... Früher die 700 Abonnenten knacke wird halt... Und das 700 Abonnenten Giveaway früher kommen. Je nachdem was halt zuerst kommt. Ansonsten... Ähm... Lasst mir einen Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare... Was ihr halt wollt. Je nachdem. Und ansonsten sage ich auch... Ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Alex. Supáis. Üraits... Jos wr molto e chauds. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. ли so 가 aviationلي lang.